... in der Kälte vor der Passau-Nibelungenhalle, um Angelo oder Petty einmal ganz aus der Nähe zu sehen. Morgen sehen Sie bei uns im Programm einen ausführlichen Mitschnitt des Konzerts und Sie erleben da mit Sicherheit jeden der Kellys ganz aus der Nähe, aber hier gibt es erstmal einen Vorbericht. Bereits letztes Jahr begeisterte die Kelly-Family ganz Passau. Heute tritt die Großfamilie erneut in der Nibelungenhalle auf. Hartnäckige Fans reservierten sich bereits gestern Abend ihren Platz vor den verschlossenen Türen. Es ist jetzt seit gestern Abend um drei, vierter neun. Warum? Weil ich bin seit meinem vierten Lebensjahr-Kelly-Fan. Wink der Cassie Kelly. Genau. Ich möchte eine erste Reifjürde kommen. Unbedingt. Weil wenn sie hinten sechst, sechs vielleicht so neun Punkte anspringen. Und das mag ich nicht, wenn wir ganz fern sind. Nur, dass ich nach vorn komme und dass Johnny wieder winken kann, weil der kennt mich schon mit meinen Schildern. Und Joey auch. Und das habe ich auch bei Kelly's gemacht. Muss man auch mal sagen. Wenn schon, dann schon ein Rühlt-Fan. Die Wartezeit vor dem Einlass verkürzen sich die Fans mit dem Nachsingen von Liedern ihrer Idole. Die Wartezeit vor dem Einlass verkürzen sich die Fans mit dem Nachsingen von Liedern ihrer Idole. Für die lange Warterei in der Kälte werden die Fans dann mit neuen und alten Songs der Kelly-Family belohnt. Ja und gleich geht's ja los bei den Kelly's. Ich glaube um 19 Uhr ist es Beginn. Kurz.